Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar in diesem Video möchte ich wirklich etwas Wichtiges ansprechen, meiner Meinung nach, was leider die letzten Jahre oder sogar Jahrzehnte von ein paar Leuten dermaßen falsch gelegt wurde, dass es bis heute anhält, okay? Und zwar folgende ist die Lüge zum passiven Einkommen oder von passiven Einkommen. Meiner Meinung nach gibt es keinen Weg, dass du zu 100% passiv Geld verdienst, gibt es nicht für mich, okay? In Bezug auf eventuell, außer du hast wirklich Investments in Form von wirklich mehr oder Millionen von mir aus, die was dir wirklich eine einprozentige zum Beispiel gewinnen im Monat oder was auch immer oder eine Rendite von, keine Ahnung, 10% im Jahr ausschütten, okay? Und so weiter. Das mal möchte ich mal nicht besprechen, okay? Um das geht es jetzt nicht. Es geht um Online-Businesses. Es geht wirklich um allgemein, also ich glaube kaum, dass jemand von uns oder von euch ein paar Millionen rumliegen hat, die er jetzt investiert und dafür 10.000 im Monat zum Beispiel oder 20.000 oder 50.000 Euro im Monat dann ausbezahlt bekommt, jedes Monat. Mir geht es wirklich darum, vor allem im Online-Business-Bereich, okay? Das Problem ist nämlich, und ich sage auch explizit dazu, auch wenn du Sachen auslagerst, okay? Oder outsourcest. Weil Fakt ist, niemand, wirklich niemand auf der Welt wird dein Business so sehen, wie du es siehst, okay? Das heißt, für uns, also ich kann jetzt aus meiner Warte, für mich ist mein Online-Business wirklich ganz oben, okay? Das ist für mich, gibt es nichts, was irgendwie da rankommt, wo ich wirklich Fokus, wo ich Energie reinstecke und so weiter und was mir wirklich wichtig auch ist, okay? Also mein Unternehmen an sich oder meine Projekte, meine Unternehmen, die sind mir einfach Priorität Nummer 1, okay? Das wird es aber niemals für andere Menschen sein, nicht mal für deine Freunde, nicht mal für deine Familie. Weil der Mensch ist einfach ganz einfach gestrickt, er ist ein Egoist, nennen wir es beim Namen, okay? Und deswegen wird jemand, der was für dich arbeitet, niemals so viel Prozent geben, wie du es selbst machen würdest, okay? Versteht mich nicht falsch, ich meine, wenn man meine E-Commerce-Shops ansieht, klar ist sehr, sehr viel automatisiert. Nichtsdestotrotz muss ich trotzdem täglich drüber schauen, okay? Das heißt, du musst immer mit Leuten sprechen, du brauchst Updates und du musst drüber schauen, ob alles so passt, okay? Das heißt, weil es kann immer relativ schnell passieren, dass wenn du wirklich zu 100 Prozent alles auslagerst, dass deine Umsätze, wenn sie jetzt hier oben sind, relativ schnell einmal einen Dip nehmen, okay? Und das ist ganz logisch, weil du für dein Business natürlich immer 100 Prozent gibst, andere Menschen nicht und die können noch so loyal sein. Du kannst Philippinien, es gibt wirklich super loyale Philippinien, also die sind meist alle super loyal und super Work-Ethik. Aber schlussendlich, am Ende des Tages, ist ihm nicht wichtig, ob du deine Mille dieses Jahr machst, sondern ist ihm wichtig, dass er seine Familie unterstützt, seine Familie versorgt, sich selbst versorgen kann mit seiner Familie. Das ist für ihn die Priorität Nummer eins. Und wenn es dadurch passiert, damit er dir hilft, klar, aber er wird trotzdem niemals, also wenn er sich entscheiden muss, wird er definitiv immer seine Familie nehmen, okay? Ganz logisch. Und deswegen möchte ich euch relativ, weil ich, als ich angefangen habe, habe ich mich natürlich auch von sehr vielen Leuten blenden lassen, wirklich passiv einkommen, am Strand liegen. Also ihr seht selbst, wie oft seht ihr mich jetzt am Strand chillen oder nichts tun. Ihr merkt von mir meistens, außer von meinen YouTube-Videos gar nichts, also von meinen Social-Media-Kanälen derzeit, poste ich kaum was. Warum? Weil ich arbeite. Okay, ganz normal, ich möchte was Großes aufbauen, ich möchte meine Unternehmen wirklich voranbringen und deswegen arbeite ich auch sehr viel. Und deswegen möchte ich euch auch relativ, weil ich eben angefangen habe und alle haben mir versprochen, ja, das wird alles easy, jo, ist nicht easy, okay? Und auch wenn du anfängst, Sachen auszulagern, du musst trotzdem, der Weg dahin, das ist noch mehr Arbeit. Also im Prinzip, der Weg von, wenn du alles selber machst, zum Auslagern, ist nochmal mehr, als wie wenn du es gleich selbst machen würdest. Okay, wirklich so, du musst die Leute einschulen, du musst das, das und dann musst du, meistens sind noch Fragen und so weiter und so fort und dann bekommst du natürlich Berichte. Du kannst zwar auch Projektmanager haben, aber der schickt dir im Prinzip nur die Sachen weiter. Das heißt, du brauchst immer im Auge, also ich habe alles, was ich im Internet irgendwie habe, wo ich Einkommen generiere, muss ich jeden Tag irgendwo drüber schauen. Wenn ich das nicht mache, könnte es passieren, dass wirklich meine Umsätze runtergehen, okay? Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich euch wirklich mitgeben möchte, dass ihr nicht in diese Falle reintritt. Glaubt mir, ihr müsst sehr hart arbeiten am Anfang, definitiv. Und je nachdem, was euer Ziel ist, trennt sich halt das dann, okay? Wenn du sagst, jo, ich möchte, keine Ahnung, 10.000 Euro im Monat verdienen oder Profit machen, wird dein Weg irgendwann dahin gelangen, du kannst dann das auch outsourcen und dann kannst du wirklich, ich sage mal, mit einer Stunde Arbeit am Tag dein Leben genießen, sage ich mal so, wenn du 100.000 oder eine Million im Monat machen willst, dann wird es schon wieder schwieriger, okay? Das heißt, dann musst du viel länger, viel härter arbeiten, dann musst du auslagern und dann müssen die hart arbeiten und so weiter und so fort. Deswegen sage ich gleich, ich möchte euch nur darauf hinweisen, beziehungsweise, dass ihr nicht in diese Falle trittet, dass ihr sagt, jo, es ist alles so easy und du kannst alles auslagern, du kannst alles auslagern, vor allem im Dropshipping oder im E-Commerce oder auch im digitalen E-Produkt-Bereich, Affiliate-Marketing, was du halt machen willst, okay? Du kannst sehr, sehr viel auslagern, aber de facto, das, was halt wirklich wichtig ist, niemand wird dir wirklich, dir zu deiner Million verhelfen oder zu deinen 10.000 Euro im Monat, nur weil du ihm lieb fragst und vielleicht ein bisschen was zahlst, okay? Das heißt, du bist immer derjenige, der natürlich die meiste Energie und die meiste Kraft in diese Firmen, in deine Shops, was auch immer, reinsteckst und das wird auch immer so sein, okay? Und das war mir sehr wichtig, dass ihr das auch wisst. Ich will niemanden hier Honigums, klar, in meinem Vlog habt ihr gesehen, okay, du kannst 1.000, 2.000 Euro Umsatz am Tag machen, ohne, dass du mit 15 Minuten Zeitaufwand, das geht definitiv, versteht mich nicht falsch, aber der Weg von Anfang bis dahin ist mal schon heftig, okay, beziehungsweise er ist, es ist ein Weg, okay, bis du dahin gelangst und dann ist es trotzdem so, dass du nicht immer nur 15 Minuten arbeiten musst. Das heißt, es gibt Tage, wo ich eventuell 2 Stunden dabei sitze, weil es irgendwelche Probleme gibt, da kennen sich die nicht aus oder sie müssen mich fragen, weil schlussendlich bist du der Verantwortliche. Du bist der Verantwortliche für deine Shops, für deine Produkte, für alles, was du im Internet beitrittest, bist du, musst du deinen Kopf hinhalten. Und deswegen, niemand wird den Kopf hinhalten, wenn dein Filipino irgendein Blödsinn macht und denen ist das egal im Endeffekt, weil, was wirst du machen? Du wirst dafür verantwortlich gemacht. Und deswegen möchte ich euch wirklich, ich zum Beispiel habe kein Problem damit, wirklich hart zu arbeiten für meine Ziele und weil ich auch sehr motiviert bin. Ich will einfach mehr von meinem Leben und ich denke, die meisten von euch genauso. Und deswegen möchte ich euch die Illusion gleich vom Vorhinein wegnehmen, dass du zu 100% etwas komplett automatisieren kannst in dem Bereich, wird schwierig. Weil alleine, wenn wir zum Marketingbereich gehen, wenn wir Facebook-Ads reden, wenn du eine Agentur einstellst, ist es jetzt auch nicht so wichtig, ob du jetzt 10.000 oder 20.000 Umsatz machst, Hauptsache die bekommen ihr Geld so auf die Art. Das heißt, niemand wird so die Anzeigen oder so viel Energie und Kraft und Ehrgeiz in deine Facebook-Anzeigen reinballern wie du selbst. Das ist zum Beispiel auch der Part, den ich niemals auslagern werde, weil da wirklich auch das Geld gemacht wird, de facto. Ich sage nichts, Kundenservice, Bestellung, das kann man easy auslagern, da passiert auch nicht viel. Aber nichtsdestotrotz, es wird immer Aufgaben geben, die du definitiv erledigen musst. Okay, du kannst nicht einfach chillen, ganzen Tag und nichts tun und einfach die Kohle auf dem Bankkonto sehen, so spielt das nicht, okay. Und deswegen, ich wollte dieses Video, wollte ich schon länger machen, um euch wirklich zu sagen, glaubt nicht an jeden Scheiß, wenn jemand herkommt und sagt, yo, ich mache 10.000 Euro und chill am Strand. Meistens ist es nicht so, okay. Kann ich euch definitiv, also ich, mit allem, was ich geredet habe, die wirklich große Ziele haben oder wirklich mehr vom Leben wollen, viel mehr Geld verdienen wollen, die arbeiten dennoch, okay. Und sei es nur zwei Stunden am Tag. Aber wie gesagt, zwei Stunden am Tag ist trotzdem nicht 100% automatisiert. Gut, das war es zum heutigen Thema. Und ich würde mich freuen, wenn du neu hier bist, wenn du mir ein Abo dalässt, ein Like dalässt. Ich habe mit meinem YouTube-Kanal auch Großes vor. Ich hätte gern 10.000 Abonnenten bis Ende des Jahres und würde mich sehr, sehr über deine Unterstützung freuen. Kostet nichts und ich ballere relativ oft Content raus. Also, wir sehen uns dann morgen. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.